Sache, da die 6 ist da viel interessanter auf der rechten Seite Wenn man mal auf die Statistik guckt Die 6 wurde schon 8 mal gewürfelt und die 9 Oh, 7 mal Guck dir mal, wie auf die 7 gewürfelt wurde Schon 12 mal, ey Achso, du müsstest eben ihn bringen Bei ihr mal x Ja, ich war in der Statistik vertieft In der Statistik? In die Statistik vertieft Das ist meine Wolle, die da weg geht Das war deine Wolle, die da weg geht Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr Und was holst du sich jetzt schon wieder? 7, 8 Geht weiter Wie lange ist die Straße, bevor ich jetzt wuffel? 1, 2, 3 7 Okay Oh, 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 Wolle Ich hab zwar noch gesagt, die 9 wuffel dir keine Sau Ah, schön Ich kann's immer nur noch mal versuchen Aber ich glaub, keiner hat es Nein Hab ich nicht Hab ich nicht, will ich nicht, geb ich dir nicht Okay Ich muss gar nicht so hohen, wie sie tun Och, guck dir das an, ey Weiter Hat eh keiner irgendwas, was ich gebrauchen könnte Ich hab eh nichts, das einfach Ich mein, was könnte Antje jetzt machen Was, sie könnten noch ein Schon wieder 9 Wohin soll ich denn die ganze Wolle noch stecken? Ich wüsste einen Ort Haben wir doch nicht, Antje Pass auf, jetzt tauscht sie gleich wieder mit der Bank Guck dir das an, das ganze Holz Wo kriegt die das ganze Zeug immer wieder her? Von der 5 Ah, ist er nicht wahr, ist er nicht wahr? Ich weiß er nicht wahr Ich möchte einfach nur in 10 Würfeln, das kann nicht so schwer sein Ja, du hast jetzt wieder die Chance Der 9 Jey, noch mehr Wolle Das ist doch nicht wahr, neuner Wolle ist jetzt Drei nacheinander Dao Na fünf Jey, noch mehr Eisen Noll, książ Oh mein Gott Antje Holzverwerf kriegwerfen bei Gelegenheit Öhm Hast du Ich hab nur Holz Antje hast du viel, ähh nein, nein, nein Antje hast du vielleicht Möchtest du vielleicht Tomia Antje nein das brauchst du natürlich selber wie viel bräuchte ich denn für eine Stadt das ist so ich warte den nächsten Zug ab vielleicht hätte ich etwas mehr Glück nein jetzt kommt wahrscheinlich gleich der Räuber und ich darf alles abgeben ohne elf zum Beispiel Holz und ernst also die Ziel die Mühne machen wir drei zu eins ja auch ein theoretisch könntest du das tun aber dann habe ich mein Holz das ich brauche das ist ein Nachteil daran das heißt ich könnte eine Elfwürfel ist nicht schlecht die können zehn Würfel eine sechs würfeln eine sechs wäre für mich extrem gut ich bräuchte eben gerade eine 3 guck mal die rüstet da auf ich brauche nur zwei Punkte ja ich bräuchte nur noch eine 3 das wäre perfekt nein da werde ich natürlich weiter mit Wolle zugeschmissen wohin soll ich das ganze Zeug denn noch stecken ah und ich hätte es nicht sagen soll mit der neuen dass ich da oben eigentlich die neuen gar nicht brauche nein ihr müsst fünf Rohstoffe ablehnen hoho hätte mal keine sieben gewürfelt was er so dahin und ich möchte dich berufen holz jäh das war überrascht das war eine 1 zu 4 Chance zu holz zu ziehen so äh nein hat das jemand und nö ich glaube nicht wenn man nur keine 8 3 2 3 10 mehr Gewürfel zahlen die jetzt also gerade 8 und 10 sind es meine Augen nicht zahlen nicht so schwer zu befinden so gar nicht so was sie passt viel zu viel jetzt nicht mehr dann auch ist man straßen die richtung weiter da will aber ich hin ich weiß nicht Warten nur ab nach dem sieben an sich hat sich in gar nicht berufen haupt und ich habe noch Wolle also lass es bleiben warum stellt sich jetzt den wir zu mir zu uns beiden bitte nimmt die Zwiebel bitte nimmt die Zwiebel bitte nimmt die Zwiebeln nun hier hat mir Wolle geräumt ich hab nix mehr aber gut ist es jetzt wird sich platt gemacht schön ja Antje machst du jetzt auch noch was sie will wieder tauschen komm nimm die Zwiebeln gib mir Holz damit ich mir die Chance habe theoretisch mit einer 6, 11 oder 10 voranzukommen ich zeig dir den Zuschauern im Kreis mal wie das aussieht wenn man komplett reingesummt hat ah ist da nicht so relativ hübsch es geht sogar ich finde es optisch sehr ansprechend oh das sieht wirklich ganz putzig aus ich würfe da mal gell ja da räume mal wieder na gut bei dir gibt es eh nix zu holen deshalb möchte ich auch nicht weiter belästigen ich schätze mal da hier auf das Feld bei der Antje und da haben wir Wolle das war meine Mal das war meine Mal ich kann dir gerne mal zurückgeben wenn mir Leben gibt es also eh nix gell ich hab nix zum tauschen so wie die Kirchen ist hier 3 zu 1 tauschen ist einfach jetzt so weil ich das war es jetzt auf drei was zu tauschen wird zum Kurs 1 rein und dann sagte die Bank auch schon hier kannst du auch immer sehr fest Sorgte heute fehlt mir seit das Holz ne Tja selbst schuld warum zu ja so weg muss halt es sein aber auch wenn ich jetzt um den bekomme durch Wurfel Glück dann ist er eh so Bedarf drauf da nicht da eh dann tauschen kann okay das ist das hat doch jetzt nichts mehr mit Zufall oder so zu tun das ist doch pure Absicht dass hier jetzt nur noch der Räuber kommt oder nein dann nicht zu mir verdammt statt sich erwischt das Leben ja gott sei Dank und hier los macht was während wir uns mit Hass beschmeißen gewinnt das Spiel ja das habe ich auch ja noch mehr Wolle her ja die Neuen so ein Zufall oh man Antje nach ein haben wir nicht gehen wir die nicht wollen wir nicht hau ab Nein hättet ihr vielleicht mal die Güte weiter zu spielen hättet ihr vielleicht mal die Güte weiter zu spielen aber du hast recht ich glaube wenn das so weiter geht dann verlieren wir beide noch wenn die vierten auch und das ist ja was ganz seltenes noch mehr große Wolle waren sie sehen die stagniert alles gerade so ein bisschen ja es ist irgendwie jeder bekommt dasselbe und aber auch nicht hallo warum kriege ich denn jetzt immer wieder die scheiß Räuber was soll ich denn damit noch damit du es zu Antje stellst und ihr Zeug wegnimmst